Hallo, schön, dass du da bist. Hi! Wir zeigen dir heute von Paco Rabanne den Pure XS Vorhör. Es ist ein Eau de Parfüm aus dem Jahr 2018. Und wie findest du ist die Duftrichtung? Süß und gourmandik. Wir haben euch mal die Duft nun rausgesucht. Wir haben da zum einen Popcorn, Vanille, Yang Yang, Sandholz, Moschus, Mimosops, Zayri und Ambrittsamen. Ja zur Haltbarkeit lässt sich sagen, der ist sehr überdurchschnittlich. Hält schon einige Stunden und du riechst halt durchgehend nach Popcorn. Das mag ich ja sehr gerne. Ich würde den Duft tragen, wenn ich abends ausgehe. Auch zu einem Date mit meinem Freund. Oder ins Kino, da riechst du ja eh nach Popcorn. Nicht, dass du vernascht wirst. Und generell ist ja Paco Rabanne auch eher so ein Parfümhersteller, den auch gerne jüngere Leute tragen. Und da kann ich das auch auf jeden Fall für empfehlen. Die Jahreszeit passt aktuell auch. Es lässt sich gut tragen im Herbst und bitter. Kann ich mir auch gut vorstellen. Ja. Und kommen wir zur Bewertung. Komplimente habe ich ja dafür noch keine außer von dir bekommen. Du hast die noch nicht so oft getragen. Das stimmt. Das war ja noch nicht so kalt. Stimmt. Dann fange ich an. Ich würde den Duft eine 9 geben. Der gefällt mir richtig gut. Sehr sweet. Ja. Finde ich sexy. Ich gebe dem Duft ebenfalls eine 9. Warum? Ich vergleiche die Düfte ja immer mit meinem absoluten Lieblingsparfüm von dem Labelle von Jean-Paul Gaultier. Und da ist die Haltbarkeit einen Ticken länger. Und darum gibt es von mir eine 9. Cool. Kennst du den Duft? Schreib es mir gerne in die Kommentare. Hier siehst du das Video wo wir den ausgepackt haben. Auch sehr sehr cool. Schau da unbedingt mal rein. Bis dahin. Machs gut. Ciao. Tschüssi.